Da krabbelt doch was. Es sind Rüsselkäfer, die eine kleine Meinungsverschiedenheit haben. Sie verdanken ihren Namen dem charakteristischen Rüssel. Das habe ich geahnt, auch sie haben Frühlingsgefühle. Liebe macht hungrig. Und ihm gefällt heute die Welt. Manchmal ist es ratsam, sich ganz ruhig zu verhalten. Denn Bachstelze, Drossel, Starr, Amsel und auch die Spatzen. Sie alle nehmen auf liebestolle Rüsselkäfer keine Rücksicht. Ein Neuntöter. Sein Name kommt daher, dass er angeblich erst neun Tiere aufspießt, bevor er eines frisst. Das stimmt natürlich nicht. Er bevorzugt etwas größere Kost. Da käme das grüne Häuptpferd gerade recht. Der Buchfink frisst hauptsächlich Samen, verschmäht aber auch hin und wieder ein Insekt nicht. Und dann die Krähen. Sie vertilgen alles. Da hat auch die fette Raupe keine Chance. Er ist ebenso. Drecklich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017